Hallo Männer! Immer nach dem Motto ran, drauf, drüber, Bilanz! Die Weicheiern, die eine Gefahr haben, wenn sie sich präsentiert vor uns, ja gar nicht mehr erkennen würden. Ja und die Frauen? Auf der einen Seite sollen wir der Softie sein, einfach mal den Rand halten, das kann sehr der Weiße sein, das Gegenteil von Weisheit, Dummheit. Das böseste Gift, das wir Menschen untereinander versprühen können, ist die Toleranz von Unfairness. Und deshalb gilt für dich, wenn du Zeuge davon wirst, wie andere Menschen unfair behandelt werden, sei es in der Schule, sei es auf deinem Arbeitsplatz oder sei es daheim, dann schreite ein. Vielleicht hast du in diesem Augenblick einen Nachteil oder fühlst dich durch dein Einschreiten benachteiligt. Aber im Endeffekt wirst du wachsen. Dein Geist wird wachsen. Und genau das wird man dir ansehen. Du schreitest anders einher. Dein Selbstwertgefühl steigt. Dein Mut steigt. Man sieht es dir an und die Menschen auf den Straßen sehen dir nach. Und sie beneiden dich. Und sie beneiden dich. umgehen, wie sie sie behandeln. Das ist die Feuertaufe unserer Gesellschaft. Und dabei ist es egal, ob es sich um Bekannte oder um fremde Menschen handelt. Fairness. Und das ist die letzte, die siebte Tugend auf dem Weg zu deiner Mannwerdung, richtet sich nicht nach Rasse, nicht nach Religion und auch nicht nach Hautfarbe. Niemals! Unsere Gesellschaft ist wie ein Turm, der auf tönernen Beinen steht. Nimm ihm die Fairness und er stürzt in sich zusammen. Eine Gesellschaft, die Unfairness unterstützt, fördert oder nicht mit allen Mitteln bekämpft, stirbt aus. Ein unfaires System mündet immer in eine Art Rangordnung. Menschen werden in Schubladen gesteckt. Sie werden stigmatisiert und ausgegrenzt. Fairness walten zu lassen, heißt offen zu sein. Manchmal auch brutal offen. Du bist fair, wenn du gerecht bist. Du bist fair, wenn du absolut unparteiisch in deinen Beurteilungen bist. Und das Gegenteil von Fairness, Eitelkeit, Verleumdung und Arroganz. Und jetzt schau in den Spiegel, lieber Freund. Und wenn du dort Mut, Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Großzügigkeit, Weisheit, Beharrlichkeit und Fairness siehst. Und wenn du dich nach diesen Tugenden richtest, dann, dann bist du ein richtiger Mann. Auspielen Auspielen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020